Hallo meine Lieben und ein herzliches Willkommen. Wir spielen weiter Xenoblade Chronicles 2 und wie ihr seht, oder vielleicht erkennt ihr es auch nicht, wir haben es nach Elysium geschafft. Nun sieht Elysium nun leider nicht so aus wie in Pyras und Mithras Erinnerung, sondern ist eine ziemliche Ruine. Elysium ist ein Teil des Weltenbaums und zwar ganz oben die Spitze und dieser Weltenbaum an sich ist eher so eine Orbitstation, so eine Orbitalstation, wo halt so eine, ja, Geofront oder so ist. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier runterkommen, weil das Glockenläuten aus Pyras Traum ist zu hören und dem wollen wir folgen. Ah, hier geht's runter. Ähm, ja, wir sind jetzt im letzten Kapitel. So viel kann eigentlich nicht mehr kommen. Ich meine, wir haben jetzt Elysium gefunden. Wir folgen jetzt den Glockenläuten. Da oben ist irgendwo der Architekt und irgendwo ist da auch Malos. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch sehr lange geht. Ich denke mal, hier wird's schon sehr, sehr bald sehr, sehr heftig in den Bosskampf gehen. Und dann wird sich auch zeigen, ob wir stark genug sind. Oder ob wir lieber doch nochmal eine große Runde Questen gehen. Ich war jetzt zwischendurch tatsächlich nochmal ein bisschen unterwegs, hab ein paar Klingen aufgewertet, ein paar Fähigkeiten von denen. Hab noch ein bisschen gelevelt. Oh, ich kann hier mit dem Zeug sprechen. Aha. Ähm, und hab auch gesehen, dass super viele Harmoniegespräche und dergleichen freigeschaltet wurden. Auch neue Quests und was weiß ich. Sieht aus wie ein Wasserturm. Vielleicht gab es hier früher auch mal Bäume und Blumen, wie in Gormod. Mhm. Ja, und eventuell, wenn hier jetzt tatsächlich bald der große Bosskampf kommt und wir vielleicht doch zu schwach sein sollten. Wobei jetzt der letzte Bosskampf war jetzt nicht so hart, fand ich jetzt. Mit der richtigen Strategie ging's eigentlich. Na ja, mal gucken. Ah, das hört ihr das Glocken läuten. Ja, das hört ihr das Glocken. Das hört ihr das Glocken an. Ich glaube, es war hier. Ja. Ich glaube, es war hier. Es war ein großes Jahr. Aber wo geht es weiter? Ich glaube, es ist ein großes Jahr. Ich glaube, es ist eine ganze Stadt von Alstom. Hm, okay. Wo müssen wir weiterhin? Da. Da ist noch was zum Ansprechen. Okay. Was soll das hier sein? So eine Art Spielplatz für Leute in Elysium? Komische Geräte haben die hier. Wofür die wohl gut sind? Eine Schaukel nennt sich das, du Banause. Da. Sowas kennst du natürlich nicht. Ja, hier war mal eine Stadt. Ja, ein Dorf eher, oder? Also, meinen die wirklich, da passt die komplette Bevölkerung vor Allrest rein? So viel größer sieht das jetzt auch nicht aus als so ein Titan. Da ist die Kirche. Okay. Ich will noch was sammeln hier. Ich könnte eigentlich auch noch mal eine richtig große Resonieren-Runde machen. Einfach alle Nieten rausschneiden und nur die seltenen, die bei rausgekommen sind. Und, naja, gucken wir mal. Wie gesagt, vielleicht sind wir eh noch zu schwach. Dann wäre das vielleicht nicht so verkehrt. Das ist das, was ich. Ja, was die. Aber auch das Aluminium. Er hat die Geld zu entkommen. Das Neue ist nicht so rein. Komm mal. Sie sind sehr gut gekommen, meine Kinder. Wer ist das? Herr Vater. Was ist das? Was ist das? Aber woher? Ich bin immer hier. Ich bin 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 hier. Alles klar. Gruselige Treppe unter der Kirche. Ist das eine Orgel? Sieht aber nicht so aus, als würde da noch mal ein Turn rauskommen. Wir haben lange keine Monster mehr zu Gesicht bekommen. Hä? Rolltreppe nach oben, Rolltreppe nach unten. Ah, okay. Da fällt mir ein, diese neue Fähigkeit mit Pyra und Nia zusammen. Habe ich jetzt auch noch gar nicht ausprobiert. Ich bin jetzt zwar ein bisschen draußen gewesen und habe die Klingen aufgewertet. Aber so weit bin ich eigentlich nie gekommen, dass ich das mal hätte tun können. Hm. Wollte ich eigentlich auch noch machen. Naja. Vielleicht komme ich ja noch dazu. Wollte ich nicht noch einen Moment mal dabei ist. So viel ist herausgefallen, was ich persönlich zu tun. Wie man jetzt soll das noch mal machen wollen. Hier hat man verschiedene gibt es. Ich weiß nicht, es ist ein Block. Das ist eine Szenative. Wie man weiß es geht. Wie man sieht aus, ist das? HOMURA! Ichi-chan! HOMURA! HIKARI! Ichi-chan! Wuh! Was ist das? Das ist die Schweiz der Spelviens. Aber das ist es schon einmal alte. Ich glaube, um immer noch stützliche... Wo ist das hier? Geh! Geh! 楽園、会うんじゃなかったのかよ お嬢様と二人、こんなに遠くまで来たというのに レックス様、私たちを騙したのですか? あんたを信じてたのに… 信じてついてきたのに! ミヤ、ヤッコ、何言ってるんだよ どうなんだよ! 違う!俺はホムラと約束して! ホムラ? ホムラ…ね? ホムラ… ホムラ、ホムラ、ホムラ! いっつもそうだ! あいつばっかり見て、他は何にも見もしないで! お、おかしいよニヤ、どうしちゃったんだよ! お嬢様がどれだけ自分を殺してきたか あなたは何もわかっていない… あなたには何も見えていない… あなたには何も見えていない… あなたはここにいるんだ! 何で見えない!? 見てよ! あなたを見ろ! レックス! 鉄道! お電気に合ったのことだね! 2. 秘伐してるぞ… おう… 変身だ… お金… どっちぃくか… Na gut, nur so verkehrt ist das eigentlich gar nicht. Na, Heilerklinge wäre noch nicht schlecht gewesen. Na gut, immerhin. Okay. Jetzt müssen wir gegen Nia kämpfen, aber wieso? Okay. Sorry. Ich weiß nicht, was ich. Meref, Kagutschi! Hä? Spelvian? Das ist ein Zeug. Meref? Ich weiß nicht, was ich hier war. Als Sie hier sind, die ich hier war, was ich. Sie wissen, was ich habe. Was ist das? Ich habe das Ergebnis nicht geholfen, sondern das Ergebnis weitergelegt. Nein! Ich kann niemanden helfen. Ich kann nicht nur hier sein. Ich habe den Sperrvian, und ich habe den Neferl, aber ich habe den Neferl, was ich? Rex! Was ist das? Was ist das? Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ehh, Cholio? Okay, die haut gut hin. Okay, die haut ganz schön hin. Okay, die haut gut hin. Okay, die haut gut hin. Oh Gott, ich bin gleich tot. Das ist nicht gut. Ich hätte gerne eine Heiler-Klinge! Ist das mies! Oh Gott! Ich kann ja nicht mal die Klingen austauschen hier. Kann ich jetzt wenigstens... Muss ich jetzt von vorne anfangen, oder? So, dann nehme ich nämlich Liva. Was haben wir denn noch so heilermäßiges? Ich kann ja alles, ich habe ja freie Auswahl. Tromach darf ich nicht nehmen, schade. Ja, dann nehmen wir doch die hier, oder? Wie steht's denn da mit den Techniken? Nicht so gut, schätze ich. Nee, nicht so wirklich supergut. KP-Kapsel? Hm. Wenigstens das. Wenigstens eine KP-Kapsel. Hab ich sonst nix? Naja, gut, ich habe die einfachen Klingen, die einfachen Heiler. Sonst habe ich da echt nix. Du meine Güte. Ist das traurig? Muss ich jetzt von vorne anfangen, oder? Hm. Auf jeden Fall muss ich wieder von vorne bis ganz nach unten rennen. Oh Gott, ich bin ja gleich schon wieder zum gleichen Tod? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Ich hätte gern den Heiler, den ich für Sieg hatte. Welcher war denn das? Die Nim bringt's auch nicht, das war hier so einer. Ja. Der gehörte aber zu Sieg. Das war so einer mit so einer Kugel. Genau der hier war das, glaube ich. Aber ich glaube, die Kugeln sind bei mir noch schlechter. Ja. Ach du Schande. Halt bei den Treffer, Kapier der Gruppe. Genau. Okay. Hier kann ich noch mal den mächtigen Heap. Okay. Hörten wir den mal. Bringt mir jetzt grad nix, aber Schaden tut's auch nicht. Hier kann ich auch noch den Sensensturm erhöhen. Ah, das wird mir nicht viel bringen. Hier würde ich vielleicht eine Abwehr reinhauen. Oder Stärke. Hm. Nee, ich glaube Abwehr ist hier besser. Äh. Sortieren. Nach... Resistenz. Abwehr? Keine Ahnung. Resistenz? Gibt's keine Abwehr? Magisterfessel. Schaden. Er wird Schaden von Autoangriffen. Äh. Ich würde eigentlich lieber... irgendwie was abwehrmäßig haben. Oder Heilung. Was haben wir denn hier? Heilungstechniken. Effekt von KP Kapseln. Klingt doch gut. Versuchen wir das mal. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Wieso ist Morag so stark? Die benutze ich doch fast nie. Wieso ist Morag so stark? Die benutze ich doch fast nie. Die benutze ich doch strukt. So high ist Löf1. See, tooling jetzt noch mein Schaden. Bist ja auch fast hier im Ja osob. Siltohjie. Ja, mach das habe ich mich hoch�. modular mundial erste Malab ressort. Geabilnie. Super webinars. Shack C nimeltriffen. Ey, ich kriege ihn noch nicht mal zur Hälfte, weil ich tot bin. Ich bin schon wieder kaputt. Ich brauche mehr Abwehr. Ja, aber... Vielleicht Hilfskerne noch, Hilfskerne. Hier brauche ich nichts, oder? Hilfskerne, was haben wir denn? Reduziert Dunkelschaden? Was ist denn... Das ist Feuerschaden bei ihr, ne? Nein! Nein! Vielleicht sollten wir Feuerschaden reduzieren. Äh, sortieren? Hier haben wir Abwehr, guck mal. Dunkelabwehr, Eisabwehr, Feuerabwehr habe ich natürlich nicht. Natürlich nicht. Zählt das jetzt als Freilicht, oder? Hier, guck mal. Physische Abwehr ist doch schon mal gut. Und Wut brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Machen wir noch Ätherabwehr drauf? Was ist denn Beständigkeit? Reduziert erlittenen Schaden um 10%. Wenn 30%, wenn 30%, hm, auch nicht schlecht. So, was machen wir bei dir? Reduziert Dunkelschaden, erhöht Blockade. Da machen wir auch nochmal Abwehr rein. Na, wo ist denn physische Abwehr? Hier. Und Blockade hat er, okay. Und du hast Umwerfenresistenz? Ne, da machen wir auch nochmal Abwehr rein. Äther? Keine Ahnung. Physische? Aber nicht mehr. Dann nehmen wir Äther. In der Hoffnung, dass das irgendwas bringt. Man herrscht halt doch, wie hart ich auf diesen blöden Aquaschuss angewiesen bin. Äh, noch sieht's gut aus. Jetzt sieht's nicht mehr so gut aus. Oh, es geht nicht mehr so gut aus. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Oh, hat geklappt. Genau, dann sind wir eh. Ich bin jemandemut. Ich bin jemandemut. Ach, ich bin mir das! Ich bin jemandemut. Ich bin jemandemut, Lecck! Ich warst. Das stimmt. Ich bin jemandemut, dass ich mich nicht verlet� says. Ich bin jemandemut. Das war's für heute. Ich weiß nicht, was ich? Das ist doch nicht wahr, was ich? Es ist so gut, was ich? Ich habe mich für einen besonderen Bewerbungen, und habe mich für die Reichweite, und ich habe mich für die König. Ich habe mich nicht zu tun. Ich habe mich für die König. 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 Ich weiß nicht, was ich? Okay, hier müssen wir auch kämpfen, aber ich würde jetzt tatsächlich, ich muss anscheinend nur Tora besiegen. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal Schluss machen für heute. Und beim nächsten Mal fangen wir hier direkt mit diesem Kampf an. Ich hoffe, ihr seid dabei, weil ich glaube, das geht hier noch ewig weiter mit den Vorwürfen. Und wir sehen uns dann. Ciao, ciao! Lasst mich! Lasst mich!